Die hierzu erwerbende 3-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich im Frechen. Das im Jahr 2015 erbaute Haus verfügt über vier Etagen. Die Wohnung befindet sich in der dritten Etage und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Objekt ist barrierefrei zugänglich. Das Haus hat einen Personenaufzug. Die Etagenwohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 95 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 295.000 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Die Etagen! Die Etagen! Untertitelung. BR 2018